Ich, Wolfgang Rademacher, helfe Ihnen auf der www.erfolgsonline.de zu der Einstellung des Niemals aufgeben. Bleiben Sie stark! Nicht unbekümmert baden gehen. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so. Beim lieben Geld läuft alles gut oder wenigstens einigermaßen. Und dann? Urplötzlich stehen Sie vor einem finanziellen Scherbenhaufen. Sogar Ihren einfachsten geltlichen Verpflichtungen können Sie nicht mehr nachkommen. Und dann ist das Geschrei groß, so unter dem Motto, ach, hätte ich doch nur. Ja, richtig. Hätte ich finanziell und rechtlich doch nur die richtigen Vorkehrungen getroffen, damit sich der erste wirtschaftliche Windstoß nicht gleich zum finanziellen Taifun auswächst. Dieses Klagelied wird bei mir bei den Kundengesprächen immer wieder vorgetragen. Und ich steuere dann noch eine zweite Katastrophe bei. Ihren wirtschaftlichen Verhältnissen sind so hochgradig gefährdet wie ein Tanklastzug mit Nitroglycerin auf einer Schlaglochpiste. Da steht alles offen wie ein Scheunentor. Ihr Gläubiger muss sich im Grunde genommen nur noch durch Zwangsvollstreckungen oder Pfändungen bedienen. Das fängt beim Einkommen an und hört bei den Sachwerten oft noch lange nicht auf. Ich kenne diese Problematik mit der Absicherung. Deshalb habe ich frühzeitig entsprechende Vorkehrungen getroffen. Zwar kann mich jeder mit allen rechtlichen Mitteln wirtschaftlich angreifen. Aber ich behalte immer das Heft in der Hand und kann diese finanziellen Schwierigkeiten somit aus der Welt schaffen. So kann kommen, was will. Finanziell behalte ich immer Oberwasser. So kann ich meine wirtschaftlichen Verhältnisse mit Ruhe und Gelassenheit steuern. Nach meinen Vorstellungen, versteht sich. Natürlich sollten Sie nicht erst in die Schulden und oder Vollstreckungs- bzw. Pfändungsfalle tappen, um anschließend doch so weiterzumachen wie bisher. In meinem Spezialratgeber, mach Pleite und starte durch, zeige ich Ihnen Wege auf, wie Sie wirtschaftlich und finanziell nicht mehr angreifbar sind. Denn das hat Vorrang. Und selbst wenn Sie jetzt in katastrophalen, geltlichen Schwierigkeiten stecken sollten, dieser Ratgeber, mach Pleite und starte durch, zeigt Ihnen, wie Sie schnell wieder aus dem Schuldenstrudel herauskommen können. Warten Sie auf keinen Fall, bis Ihnen einer Ihrer Gläubiger auf juristischem Weg Ihr wirtschaftliches Fundament entzieht. Bauen Sie frühzeitig vor, nicht erst, wenn es allerhöchste Eisenbahn wird. Bringen Sie Ihr Vermögen in Sicherheit, schon bevor Sie zwischen Mahnungen eidesstaatlicher Versicherung und dem Vollstreckungsterror der Gläubiger leben müssen. Treffen Sie Vorsorge. Geben Sie das Vermögensheft nicht leichtfertig aus der Hand. Nutzen Sie diese gewieften Auswege, um sändliche Angriffe auf alles, was Ihnen lieb und teuer ist, erfolgreich abzuwählen. Sie haben das Recht und die gesetzmäßigen Möglichkeiten, Ihr Geld und Ihr Vermögen vor dem Zugriff Ihrer Gläubiger zu sichern. Sobald es auch nur ein Fremder auf Ihr Hab und Gut abgesehen hat, werden Sie ab jetzt entschlossen und mit erhobener Hand sagen, Schach der Insolvenz, Schach den Pfändungen, Schach den Einkommensproblemen, Schach der Zwangsversteigerung, Schach den Vermögensproblemen. Der Weg aus der Pleite oder Schuldenfalle ist immer sehr mühsam, recht beschwerlich und meistens mit vielen Schwierigkeiten geflastert. Aber nur für die, denen das richtige Wissen fehlt. Also, sichern Sie sich ab jetzt gegen gläubige Angriffe auf Ihr Hab und Gut, auf Ihr Geld, auf Ihr Einkommen, auf Ihr Vermögen. Und zwar mit meinem Ratgeber, mach Pleite und starte durch. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Infos. Machen Sie es gut, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Rademacher.